Diese zum Kauf angebotene Verkaufsfläche steht in Dortmund. 1968 wurde dieses Objekt erbaut. Die Ladenfläche verfügt über 15 Parkplätze. Das Objekt weist eine Verkaufsfläche von ca. 307 Quadratmetern auf. Das Objekt steht für 198.500 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017